Lena Gerke in Thailand. Vier Tage, drei Bikinis. Wenn dieser Anglick mal keine Lust auf Urlaub macht, Lena Gerke in ihrem neuesten Bikini-Modell. Selbst in Querstreifen macht das Model noch eine gute Figur. Gerkenschlank, die Lena. Während Unseheran sich hier bei Minusgraden einen abfriert, genießt das Model Lena Gerke, 30, die Sonne in Thailand. Natürlich tut sie das nicht, ohne uns mit ihren bikinischen Abschüssen neidisch zu machen. Und das auch noch täglich. Der TV-Star gönnt sich derzeit eine Auszeit vom Moderieren und spannt so richtig schön im Thailand-Urlaub aus. Ihren Spatz Kilian Müller-Wohlfahrt, 36, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist, hat sie entweder zu Hause gelassen, oder er hatte eben keine Lust auf Fotos. Dafür hängt sie mit ihrer Freundin ab. Gerke weiß anscheinend, wie sie ihre Fans bei Laune hält, so postete sie seit Donnerstag täglich ein Bikini-Bild mit vier verschiedenen Modellen. Einige ihrer Follower wollen auf dem letzten Bild ein Bäuchlein entdeckt haben, wir suchen danach allerdings immer noch vergeblich.